Schon gehört? Er bot Tarik ein Bestechungsgeld für unsere Loyalität. Die lassen mich nicht in die Mitte. Verdammt, die bissen jetzt. Tariks Zelt finden. Hm, von da hin? Wie komme ich da am besten rein? Äh, okay. Da loben welche. So gut. Wie komme ich da am besten rein? Ah, okay. Nein, lass mich da rein. Ich muss hier rein. Verdammt. Scheiße. Verdammt. Okay, ich bleibe aber so am besten links stehen. Oh, zumindest verstecke ich mich hinter ein Zelt. Dann schlecke ich mich hinter in diese Menge rein, wenn die drei Leute da kommen. Ah, ist da gerade laut? Ah. So, danke. Danke. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Jawohl, jetzt haben wir's. Drinne. Wir sind drinne. Ist sehr gut. Die laufen wieder zurück. Verdammt. Verdammt. Ich hab's angerempelt. Ich hab's angerempelt. Nein. Die Mission ist nicht ganz einfach. Aber da kriegen wir noch gebacken. Das ist schon wieder so laut. Das ist jetzt ein schlechter Scherz gewesen, ne? Das ist jetzt wieder laut. Wetten, 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 wetten. Oh, Mann, ey. Komm. Ah. Aua. Aua. Selim Sidiya zog sich nach Varna zurück. Wohl unter schweren Verlusten. Ich bete für eine schnelle Lösung. Ich bete für eine schnelle Lösung. Welche Richtung? Äh. Ich weiß es nicht. Nö. Herz gehört unserem Sultan. Aber mein Verstand setzt auf Selim. So. Eieieieiei. Ne, ganz viel Misstrauisch, die Typen da. Kennst du Selims jungen Sohn? Schäzade Süleman? Nicht persönlich, aber von Sehen. Wohl ein bemerkenswerter Schnapp. Warum rein hier? Jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind schon mal so weit. Äh. Hm. Hm. Wo ist denn die 3er Patrouille, die ihr mich reinbringen soll? Erinnert mich an das kleine Mädchen aus Costa, das der Würst haben. Die jungen Meilen, die Welt. Kann ich... Wo ist denn diese scheiß 3er Patrouille? Die wird hier nicht. Ja, toll. Auch gut. Wie soll ich denn jetzt da reinkommen? Hm. Halt, alter Mann. Ich habe einige Fragen an euch. Ja, ich bin weg. Hm. Wir können. Wir können. Ja. Wir können. Wir haben die kleine Sache mit den Schmiedschulden. Oh, verdammt. Verdammt. Ich wollte hier hochklettern. Ja. Genau. Scheiße. Verdammt, ey. Also, ich darf die nicht anreppen und muss da ganz schnell hochklettern. Ist gut. So. Nicht persönlich, aber komm sehen. So. Komm, schaffe ich das? Schaffe ich das? Jawohl, haben wir geschafft. Da vorne sind diese paar Leute, die mich da reingeleiten sollen. Aber, aber, ich versuche, wie gesagt, erstmal den Weg da oben zu schaffen. Wenn der Typ sich mal verpisst hat. Du kennst mich nicht. Du kennst mich nicht. Verdammt. Kommt da eine Horde auf mich hinterzu. Hoi, hoi, hoi. Ich stelle mich gerade ziemlich dämlich an. Kann das sein? Also, so werden wir das Spiel nie schaffen. Da haben wir die Hagenklinge. Ich hoffe, der hat die Hagenklinge jetzt gerade nicht rausgeholt, während wir hier... Nein, Gott, hat er nicht. Ach, kommt, ey. Ich schaffe das nicht. Ich krieg da gerade einen Rappel. Weil ich auch immer jemanden amrempeln muss. Ja. So. Ganz schnell hierhin. Ey, ihr wollt mich doch hier komplett verarschen, ne? Das ist doch hier gerade schon nicht mehr normal. Das Spiel regge ich gerade so ein bisschen auf, ja. So, und auf ein neues. So, jetzt haben wir's. Jetzt sind wir schon mal wenigstens wieder hier drin. Hm. Ja, von da aus komme ich nicht so hoch. Hm. Da kriegen wir irgendwie noch gebacken. Da sitzt ein... Da steht einer, der mich bemerken könnte. Jetzt kommt der auch wieder. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Da kommt der... Ja. Der verpisst sich jetzt. Der verpisst sich auch. So. Keine Aufmerksamkeit erregt. Der muss sich auch noch verpinkeln. Dann kann ich... Nicht da hinten verkrümmeln. Ja, Mr. Doblo. Meine Mutter hat eine Heirat für mich arrangiert. Mit der Sochter des Z4. Keiner hat sie bisher gesehen. Seit 10 Jahren war sie nicht mehr draußen. Ich hoffe nur, sie ist nicht zu dick. Hm. Komm, verkrümmel dich mal. So. Jetzt sind wir schon mal so weit. Wenn der sich gleich noch verkrümmelt hat, klettern wir ganz schnell nach da oben. Nix. Womabgesehen, dass ich keinen Bruder habe, ne? Da kommt der. Das ist eine widerwärtige, eitrige Entzündung. Ziehleine. Die Kleine. Komm, du haust ab. Du haust jetzt auch ab. So. Jetzt ganz schnell nach hier oben. Hopp. Und weg sind wir hier schon mal. Da hinten hin muss ich. Soll ich das denn schaffen? Boah. Verdammt, ey. Ich könnte, ich könnte. Das wäre keine dumme Idee. Einmal komplett hier lang. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das war eng, das war eng. Nein. Haben sie mich entdeckt? Verdammt. Verdammt, die haben mich entdeckt. Aber da scheint auch die einzige Möglichkeit weiterzukommen. Verstecken sie sich in Zelten und tralali und tralala. Ja. Ich war fast da. Fast. Jetzt müssen wir eben warten. Verstecken. Du bist jetzt. Ja, ich shit. Ja. Ja.